Danke, danke. Großartig! So, jetzt bleibe ich gleich beschehen. Danke, damit auch eine Feinde, Oma Zobras, schönes Foto machen können. So, jetzt habe ich euch einen Schritt zurück zu gehen. Leider auf der Bühne. Einmal, so weiter versteht. Wir machen weiter, Level 2, Einzelaltersklass 9 bis 11. Da hat die 4. Platz verlegt, von den TG 1000, die Theresa von Drack. Herzlichen Glückwunsch. Den dritten Platz, ebenfalls von den TG 1000, habe ich Alina Damba erbelebt. Den zweiten Platz, von L.T. Eisenhardt, Julia Jena. So, Sieger, Level 2, Einzelaltersklass 9 bis 11. Ebenfalls von der FG Eisenhardt, Sarah Strohl. Herzlichen Glückwunsch.